Ist ja egal, das kann ich ja dann alles da rein knallen, überall, oder? Spielt das eine Rolle, in welchen Reiter ich das rein haue? Ne, ne? Ja, es gibt halt die Starter-Gegenstände, Kern-Gegenstände. Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen. Ich knall mir das da erstmal alles rein. Probier es mal ein bisschen rum. Ja, warte mal, Schuhe des Weisen hier, bam, auswählen. Das sind sowieso die ersten Schuhe, die ich wahrscheinlich kaufen würde. Pythagorems, Pythagorems, genau. Und die werden dir dann, glaube ich, angezeigt im Shop, als eigene oder beliebte oder favorisierte, irgendwie so. Ich habe das auch nicht für jeden Gott gemacht, das ist nur für wenige. Ja, ich will das nur mal machen, weil das halt jemand aus der Community so wahnsinnig nett war und das mal raufgeschrieben hat. Party wurde aufgelöst. Warum? Wann sich nicht? Sag mir mein System. Ne, wir sind noch drin. Ja. Ne, doch nicht, wa? Und? Ne, diese Party existiert noch. Hutti. So, mal gucken. Ob das jetzt gespeichert ist? Ich schau mal. So. Okay, dann gehe ich mal auf Spielen. Machen wir direkt aber Arena gegen Leute. Ja. Dann gehen wir los. Ich mache mal eine Warteschlange an. Na, dem Mann Tau. Hat bei euch der Ticker gestartet? Ja. Wunderbar. Ja, gar wundervoll. Schauen wir doch mal, was passiert. Da. Da, da kriegt man immer in Hörsturz. In Ohrlauud. Ich habe irgendwie Toneinstellungen auf dem Prozent oder so. Ja, ich habe ja die Toneinstellungen auch gemacht, aber es hat irgendwie für die Menüsachen macht das irgendwie nichts. Die knallen dir trotzdem, die fetzen dir das Hirn weg. Die sind dafür da, weil viele Leute mal raus tappen und dass sie dann halt mitkriegen, wenn wir gerade irgendwie im Internet surfen, dass das losgeht. So, irgendwer hat die Kampflobby verlassen. Flo, du hast die Kampflobby verlassen? Nee. Ich habe gerade eine Push-Meldung bekommen. Nein. Nee, da steht, Dr. Freud hat die Party für den Kampf angemeldet. Richtig. Das ist bei mir. Also, ich habe keinen Countdown mehr. Ja, ich auch nicht. Ja, das ist, wenn einer von den Leuten nicht annimmt, von den Gegner angenommen. Aber ich kann jetzt auch nicht auf Warteschlange drücken. What is up happening here? So, dieser Tournee. So, jetzt steht die Kampflobby verlassen. Ja. Also, es kommt hier nun wieder mal vor, so. Ja, aber was kann ich, was heißt das für mich? Für dich heißt das, dass du einfach wieder spielen musst, spielen drücken musst. Ja. Spiel drücken und nochmal. Aber ich kann nicht auf Warteschlange. Dieser Tour für eine Minute, warum? Ja, keine Ahnung. Ach, Mann. Habe ich wirklich was verpeilt? Nein, du hast nichts verpeilt. Manchmal ist dieses Spiel einfach dumm. Nee, nee. Hast du vielleicht nicht das nebengedrückt? Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass ich was verpeilt habe. So ist es nicht. Ach so, du hast die gar nicht angenommen? Ja, ja. Ja, ich habe noch gelesen in den Kommentaren. Und war dann noch im Chat. Ja, so. Ja, ich hatte sowas mal, sowas ähnliches mal. Und ja, Neudy Turner sagt, Gulasch wäre jetzt geil, da bin ich voll auf seiner Seite. Genau darum ist es halt so laut, damit du die Warteschlange nicht immer blockiert. Dann müssen sie es so lange laut machen, so mit so einem Bam, 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 bis man auf Okay gedrückt hat. Ja, aber dann wird es, glaube ich, Beschwerden geben. Dann würden die ganzen Amis, glaube ich, die Smile-Leute verklagen. Ja, stimmt auch wieder. Irgendwelchen Hörsturz-Sachen. Angeblichen. Stimmt tatsächlich auch wieder. Ich vergaß. Mann, was es hier noch an Helden gibt. Ich sehe gerade, du hast auch einen Beta-Tester-Account, ne? Hast du das schon seit Anfang angespielt? Ähm, ja. Ja, habe ich. Achso. Ja. Ich habe irgendwie meinen damals verloren, leider. Wie kann man denn einen Beta-Account verlieren? Achso, Inaktivität, ne? Einfach verloren gegangen. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann den hier angefangen. Aber es ist schon eine richtig krasse Palette an neuen Wörtern hinzugekommen. Auf jeden Fall. Naja, ich habe ja mit Smile-Leute wahnsinnig. Ich habe ja sowieso. Jetzt muss ich mich ja wieder outen. Ich habe ja mit MOBAs erst angefangen, als Heroes of the Storm rauskam. Das war mein erstes MOBA. Also, was ich selber gespielt habe. Ich war großer League of Legends-Fan, aber ich habe es halt wie so der typische Deutsche, der Fußball guckt, habe ich League of Legends immer nur geguckt. Also, Smile kam kurz nach League of Legends raus, ungefähr gleichzeitig mit Dota 2, denke ich. Ja, ja, dieselbe Zeit, circa. Ja, stimmt. Und merkwürdigerweise hat mich Dota 2... Er hat mich so... Nee, die haben ja jetzt voll verloren, ne? An Usern, ne? Irgendwie... Ja, aber... 25% oder so. Allein die Kreisgelder. Ja, krass, dass Mike jetzt einfach schon auf Xbox One ist. Alles cool. Sehr gut. Sehr schön. Anubis. So, dann werde ich mal Cubes nehmen. Also, euch ein bisschen versuchen zu heilen. Ja, das ist gut. Wer bist du? Cupid, Armour. Cupid, dieser kleine Bastard. Ha, ey, lol. Also, ja, das ist ein Skin, ja, den habe ich gekauft. Bei mir ist der Spiel gefällt. Ja, sehr niedlich auf jeden Fall. Ich habe den... Es ist, glaube ich, einer der Götter, den ich mir noch nicht angeguckt habe. Ja, ähm, mit denen habe ich halt ein, ähm, eine Fähigkeit, damit spawne ich drei Herzen. Wenn ihr die einsammelt, dann kriegt ihr Leben wieder und ich kriege Mana dafür. Ja, nett. Wenn ihr weiter vorne am Rumnetzeln seid, dann versuchen wir euch... Ich hasse Loki. Ja, aber sehr anfällig auf Loki. Loki, baller dich so weg, Mann. Echt, ohne Scheiß, ich hasse Loki so hart. Also, man sieht auch an den... äh, römischen Zahlen... ...unterhalb des Charakters, wie hoch man die schon gespielt hat. Ja. Er hat also eine Menge Ahnung von Loki. Nee, geht so. Mastering 1 geht so. Ja, 1, das geht. Dass du vielleicht, äh, 100... 100 Siege mit dem... Das heißt, ich sollte auf jeden Fall meine Deutschlandflagge wegtun. A, um weniger als Nazi beleidigt zu werden. Und B, damit die Leute Ehrfurcht vor meinen hohen Zahlen haben. That sucks. Ah ja, geil. Jetzt habe ich hier wirklich die ganzen Gegenstände schon drin. Schau, dass du dir am Anfang einen Schuh kaufst und so. Nee, nee, das ist tatsächlich... Die Sachen, die ich eingestellt habe, sind jetzt hier tatsächlich drin für mich. Eigene. Ja, geil. Ich werde den Treep abwarten für, äh, hier, Damage. Du brauchst sicherlich für Mana, ne, Squid? Oder? Wer braucht Mana? Du brauchst sicherlich nicht den für Mana hier, ne? Ja, ich kann den gebrauchen, ja. Aber das hält sich nicht. Okay, dann hau mal den mal eben um. Ich geh jetzt auf den Löwen hier. This will strengthen my play. Hyroblast, lyroblast, lyroblast. Something, something. So, dieses Herz, was ich da gemacht habe, wenn das explodiert, dann wird der feindliche, äh, Gott bestand für ne kurze Zeit. Also, dann wird sie theoretisch raufbrocken. Na, Flo, wo bist du? Ah, da. Mittig. Hier, der Tor, einmal einsammeln. Hab ich eingesammelt. Ja, dann hast du auch lebensfüßig. Ja, ja. Lass dich nicht passieren. Ich geh mal zurück ins Lager, ich brauch mal Mana. Dass sie nicht den Arsch versorgen hat. Nee, das mit den Herzen ist überkrass. Ja, ja. Auffassen, auffassen. Flo, raus da? Ja, ich bin raus. Alles gut. Ich war noch nicht mal, noch nicht mal hälftig. Ja, da konnte ich nicht mehr filmen machen. Alles easy. Ab ihn. Musst du da erstmal jemanden in die Flucht schlagen? Das war mein inneres Bedürfnis. Wie cool er einfach ist, ja? Wie gut er wahrscheinlich ist. Nur shit. Flo, pass auf, wir sind eben im Lager hinten drin. Hm, 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 hm. I'm on my way. Also, wir können dich nicht, wir können dich grad nicht supporten. Und hol dir auf jeden Fall mal Mana, geh mal rein. Hm, hm, ich bin ja auf dem Weg. Also, ich schmeiß die Herzen dir auch vor die Füße, wenn du flüchtest, ne? Ja, ja. Aber nicht unbedingt einsammeln. Ja. Also, wenn sie auf dem Weg sind, ist gut, falls sich einer verfolgt. Ja, aber nicht zurücklaufen, ist schon klar. So, wir werden vorhin ein bisschen gewiped, auffassen. Als nächstes sperrt es mal. Schau mal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, die gehen jetzt unsere Creepslings an. Lassen wir den Typen, der zur Hälfte da ist, machen. Ah, okay, der zieht sich so. Ich kenn den Göttern an, was nicht. So, pass auf. Boah, wot, wot, wovor? Was die hatten, was die hatten. Ja, Fritz, die hatten, was halt low energy. So, du bist Tor, ich hab die ganze Zeit übelst. Paranoia erschoben und dachte, du wärst Zeus. Ich hab mich immer gefragt, warum zur Hölle spielt man Zeus? Ne, 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 ne. Ich hab doch gesagt, den Spiegel jetzt nicht mehr öfter. So. Ich werd jetzt mal in die Luft gehen und mal den Affengott fokussen. Den Affengott? Also wenn ein paar von die Viechern hier in das Tor kommen, das ist nicht so schlimm, als wenn ihr sterbt. Weil wenn ihr sterbt, dann gehen direkt fünf Tickets von unseren Wegen weg. Reglement ist bekannt. Generell ist meine, was soll ich sagen, Reaktanz in diesem Spiel jetzt nicht ganz, nicht ganz scheiße. Aber ich möchte den Mund auch nicht zu voll nehmen. Gehen wir nochmal eben, äh, Damage-Boost holen. Boah, scheiße. Übelst krass. I need not die did once now. Ich kann doch noch sagen, ich hab den Dus geholt. Lauf, 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 lauf. Getroffen. Okay, ich hol mir diesen Affengott. Nice. Ich geh jetzt mal rein und ich denk mal ein bisschen. Oh, zu viele, man. Zu viele. Fuck, ey. Ah, jetzt hassen sie mich, weil sie mitkriegen, dass ich euch... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin schon quasi weg. Lurie, Flurie, Vorsicht. Ja, ich bin quasi weg. Auf den Kunglau auch passt. Shit, ey, Luffy, Alter. Halleluja. Achso, wenn ihr mit zu viel Geld rumrennt und ihr euch tötet, dann kriegt ihr davon was ab, ne? Achso. Achso. Wenn ihr mit zu viel Geld...